So, das ist der letzte Tag, das ist der letzte, aktuell letzte Gerichtstag, Bushido-Prozess früher, bester von Mann, äußert Betrugswürfel, er ist ein Schauspieler. Yannick Sauer von Watson war vor Ort für uns zum Nachlesen hier bei Watson. Es ging heiß her am 67. Prozestag zwischen Rapper Bushido und seinem Ex-Manager, besten Freund Arafat. An diesem Mittwoch im Amtsgericht Tiergarten wurde ein Zeuge geladen, der eigenen Angaben zufolge lange Bushidos bester Freund war und mit dem Rapper 2015 bis 2017 24-7 zusammen war. Das ist ein Zitat hier, bester Freund 24-7 zusammen, Stephen K. Stephen K. auch ein richtig guter Name. Übrigens sind wir an ihm dran, ein befreundeter Kollege, ein Kollege, der mit ihm auch befreundet ist, den ich auch zufälligerweise kenne, hat ihn gefragt, ob er Bock hat, zu was loszukommen und er hat grundsätzlich nicht Nein gesagt, er wird sich das nochmal so, wie Bushido sagt, er ruiert das Ganze jetzt nochmal und vielleicht kommt er. Ey Leute, gib mal einen Hack, wenn er kommt. Das wird ein Movie. Oh mein Gott. Doch wie bei so vielen der bislang in diesem Prozess geladenen Zeugen hat auch K. sich irgendwann mit seinem früheren Kumpel Busneitsch zerstritten und seitdem kein Wort mehr mit dem Rapper gewechselt. Vier Jahre später sitzt er jetzt in Berlin als Zeuge vor Gericht und macht Annes Verschascho, Verschascho, so Bushidos bürgerlicher Name, schwere Vorwürfe. Diese haben ihn getäuscht, betrogen und manipuliert. Stephen K., der von seinem Rapper-Kumpel lange finanziell und beruflich abhängig gewesen sei, Stephen, der von seinem Rapper-Kumpel lange finanziell und beruflich abhängig gemacht wurde, erzählt, er habe vor Freude geweint, als es endlich zum Bruch kam. Bushido selbst war, wie schon bei den vorangegangenen Prozesstagen, nicht anwesend. Viel zu sagen über Bushido und Arafat. Zu den Vorwürfen, um die sich der Prozess eigentlich dreht, nämlich, dass die vier Abou-Chaker-Brüder Bushido am 18. Januar 2018 beleidigt, bedroht, eingespielt und verletzt haben sollen, nachdem dieser seine damaligen Manager Arafat verkündet hatte, nicht mehr mit ihm arbeiten zu wollen. Was übrigens... Ja gut, das ist ein bisschen streitig, aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube, Arafat war der Erste, der zu ihm gesagt hat, ich will nicht mehr mit dir arbeiten. Aber es tut jetzt nicht so Sachen. Hatte der Zeuge an diesem Prozestag nichts zu sagen. Zu seinem Verhältnis zu Bushido und dessen Beziehung zu Arafat Abou-Chaker, dafür aber umso mehr. Also diesen Abend, diesen berühmten Abend 2018, dazu hat er nichts zu sagen, der Steven. Aber natürlich hat er gewissermaßen viele Sachen, die haben wir ja schon gestern bei SYNIC im Video schon gesehen. Jetzt packt er hier raus. Ich bin mal gespannt, wie Watson das zusammenfasst. Doch der Reihe nach. Wo der berühmte Rapper den überhaupt kennengelernt habe, will der Richter Marty Mosk als erstes wissen. Im Aquariumgeschäft, so die unerwartete Antwort von Steven. Da müssen sie mir aber mal erklären, entgegnet der verwunderte Richter. Und Steven erklärt, weil er sich gut mit Fischen und Korallen auskenne, habe ihn Bushido in seinem 2015 gegründeten Aquaristik-Fachgeschäft Into the Blue in Berlin-Lichterfelde angestellt. Rapper und Fisch-Fachmann merkten angeblich schnell, dass sie sich gut verstehen und auch eine gemeinsame Leidenschaft teilen, nämlich das Angeln. So sei über die Jahre eine enge Freundschaft erwachsen. Gemeinsame Reisen nach Amerika, Costa Rica und ins Disneyland inklusive. Bushido half dem Zeugen auch finanziell. Bushido habe seinen finanziellen, klammen Freund Steven auch eine Wohnung organisiert und einen Großteil der Miete übernommen, berichtet dieser. Sie hätten mich dort dann regelmäßig zum allermatlichen Stammtisch getroffen und in gemütlicher Runde Brettspiele gespielt. Lustige YouTube-Videos geschaut, getrunken und gekifft. So Steven. Neben ihm und seiner Freundin, so wie Bushido und dessen Frau, Anna-Maria Fesnaichi, hätten auch die Musiker Samra und Lucas Piano zum Stammtisch auch gehört. Das ist krass. Das wusste ich nicht. Habe ich das verpasst gestern im Video? Okay, das ist interessant. Samra und Lucas. Ich war abhängig von ihm, sagt Steven über Bushido heute. Ich hatte Schulden, habe bei ihm gewohnt und für ihn gearbeitet. Mit der Zeit sei die Beziehung der beiden immer komplizierter geworden. Vor allem, wenn er mal wieder Streit mit Anna-Maria hatte, berichtete Steven. Es war nicht zu ertragen. Hier ist noch als Zitat, vielleicht hat er eine gespaltene Persönlichkeit. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Steven über Bushido. Irgendwann geht hier weiter, irgendwann habe er dann gemerkt, dass Bushido ein Schauspieler sei. Er führe so eine Art Doppelleben und lügt seine Frau und seine Kinder an, behauptet Steven K. So habe er, als er mit Bushido und einem gemeinsamen Freund in New York Urlaub gemacht habe, mitbekommen, wie sich der Rapper eine Prosti aufs Zimmer bestellt habe und das vor seiner Familie in Deutschland natürlich verheimlicht. Steven erzählt von Bruch mit Bushido. Zum Bruch sei es gekommen, als der Rapper versucht habe, einen von Steven engsten Freunden, Stefan B., der auch im Aquaristikgeschäft gearbeitet habe, das Verschwindend von 5000 Euro in die Schuhe zu schieben. Wenn ihr sie nicht wiederbringt, drohte Bushido demnach, Steven und dem Stefan B., dann bricht euch Arafat alle Knochen. Wo ist jetzt dieser Ausschnitt, den man braucht? Dieses, ich habe noch nie mit Arafat gedroht. Kennt ihr diesen Ausschnitt noch? Das ist bei Watson, das ist Unfug. Ich habe nie mit Arafat gedroht. Das gab es doch auch bei Watson, oder? Hat das einer? Bruder, das ist zu wild. Ich habe nie damit gedroht. So habe der Rapper alle seine Probleme gelöst, erzählt Steven K. Wenn er Beef mit jemandem hatte, dann hat Arafat das für ihn geklärt. Meist haben dann ein Anruf des Berliner Clan-Chefs genügt, um die Wogen zu glätten. Doch das sei in seinem Fall gar nicht nötig gewesen, sagt Steven. Damals wie heute beteuert er, dass weder er noch sein Freund B. mit dem verschwundenen Geld etwas zu tun hätten. Vielleicht habe er eine gespaltene Persönlichkeit. Keine Ahnung, was sein Problem ist, sagt Steven K. Heute zu Beschiedos damaligen Vorwürfen, die er als fingiert bezeichnet. Übrigens habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, der hat die 5K wahrscheinlich an Prostis ausgegeben. Und dann hat er wahrscheinlich, um das zu decken, seiner Frau gesagt, die Jungs haben 5K geklaut. Glaub es mir, Anna Maria. Glaub mir. Irgendwie sowas. Oder er hat einfach Spaß dran gehabt, die so zu erschrecken. Wie er auch Spaß dran hatte, einfach dem Steven zu erzählen, deine Freundin ist dir fremdgegangen, wir wissen es. Um ihn einfach 3, 4 Tage lang auf heißen Kohlen zu lassen. Das ist ja wirklich, das ist ja so sadistisch. Er ist ja ein Sadist eigentlich. Das ist sehr sadistische Züge. Er sagt so, 5000 Euro sind weg. Ey, der Arafat bringt euch um. Und die so, ey, ey, wie, ich habe damit gar nichts zu tun. So, einfach quälen. Einfach, er weiß sowieso, dass das nicht stimmt. So, dieses Style. Ich glaube, zu Rolex kommen wir noch. Aus der Zeit einer Seite des Rappers berichtet Steven von seinen Einblicken in dessen angebliche kriminellen Machenschaften. Er habe ihm zum Beispiel beim Zählen von 1 Million Euro Schwarzgeld geholfen, die der Rapper bei Clubshows, Touren und Geschäften in der Türkei verdient habe. Außerdem habe er in einem früheren Prozess für Bushido vor Gericht auch gelogen, um einen Versicherungsbetrug des Rappers zu vertuschen. Der Versicherungsbetrüger UNHS, ihr wisst es. Dieser hatte nämlich fälschlicherweise behauptet, in sein Aquaristikgeschäft sei eingebrochen worden und die Diebe hätten neben den teuren Fischen und Korallen auch mehrere hunderttausend Euro aus einem Safe gestohlen. Seine damals getätigte Falschaussage, zu der ihn Bushido gedrängt hätte, sei inzwischen verjährt, sagt Steven. Und darum könne er heute so offen darüber reden. Doch noch immer fühle er sich deswegen manipuliert und Mist braucht. Hier ein Foto von der gemeinsamen Wille, einen kleinen Nachnuch. Steven wird hier nochmal zitiert, Bushido und Arafat mit 50-50-Abmachung bei Klein-Machno-Villa. Auch zu den Streitigkeiten um das Grundstück in Klein-Machno in Brandenburg, das sich Bushido und Arafat teilten und das im bisherigen Prozessverlauf immer wieder Thema war, wurde Steven von Richter Mosk befragt. Arafat habe sich um alle anstehenden Arbeiten auf dem Grundstück gekümmert, berichtet Steven. Doch gehört habe es Bushido und Arafat zu gleichen Teilen. Also Arafat hat sich gekümmert, aber das gehörte den beiden zusammen. Steven offenbart zudem, dass er auch bei dem Prozess immer wieder thematisierten Zaunstreit, ihr wisst ja, dieser eine Zaunstreit, wo auch die Frau dabei war und so im Sommer 2017 dabei gewesen sei. Ihr wisst ja, als die das erzählt haben, war Steven nicht dabei. Also Bushido und Anna-Maria, ich glaube in der Doku, reden die nicht auch in der Doku darüber? Da haben die nie von Steven geredet. Naja, Steven sagt auf jeden Fall, er offenbart hier, dass er bei diesem immer wieder thematisierten Zaunstreit im Sommer auch dabei gewesen sei. Sommer 2017. Auch er berichtet, wie sich Bushido und seine Frau Anna-Maria verstrichen mit Arafat über den Bau eines Zaunes auf den gemeinsamen Grundstücken Kleinmachno heftig stritten. Abgesehen davon habe er aber keinen Streit zwischen Arafat und Bushido erlebt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Bushido vor Gericht erzählt. Der hat keinen Streit zwischen denen erlebt. Also sehr viel freundschaftlich, sehr viel zusammengearbeitet. Kann also nicht das sein, was die Anna-Maria auch meinte. Die haben ihn gehasst, der war ein Monster, die wollten nie was mit ihm zu tun haben und so. Ich war mit Ennis befreundet, nicht mit Bushido, sagt Steven. Über sein Musikbusiness und alles, was damit zu tun habe, haben wir nie geredet, sagt Steven hier. Damals sei die Beziehung zwischen Rapper und Manager noch wie zwei Brüder gewesen. Nach einer längeren Pause wird der Prozess dann am 25. April fortgesetzt. Schon wieder eine längere Pause. 25. April, Alter, das sind vier Wochen. Und womöglich erscheint dann das eigentliche, schon für diesen Prozess taggeladene Kindermädchen, das für Bushido und Anna-Maria Verschischi gearbeitet hat, dem Verfahren aber unentschuldigt fernblieb. Oi, 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 Freunde, das ist wild. Das ist wild. Oh, talking about wild. Das ist wild. Das ist wild. Aber wenn wir ehrlich sind, sagen wir ehrlich, auch an alle Fans da draußen, die irgendwie Bushido-Fans waren und so. Das, was ihr hört, über wie er mit Steven umgegangen ist und so, ist das neu? Ich glaube, in den ganzen Bushido-DVDs, wo der unterwegs war mit Kay oder besonders mit Cosimo, dieser abartige sadistischen Humor, dieses Fertigmachen, dieses Zusehen, wie einer angepisst wird, so von allen Seiten, Zähne ausschlagen, Style, sich tot darüber lachen mit Flasche oder mit Fernbedienung auf... Das wusste man noch die ganze Zeit. Irgendwie war das ganz easy, ganz normal bei ihm, leider, ganz ekelhaft. Deswegen auch, deswegen kann ich sehr schwer Mitleid mit ihm empfinden irgendwie. Der ist einfach vom Charakter, ich weiß nicht, kann man sagen, bösartig, böse oder kann halt wirklich überhaupt nicht nachempfinden, wie jemand sich fühlt. Ich meine, die haben diesen besten Freund, habt ihr das mitbekommen, mit seiner Frau zusammen, er und Anna-Maria oder was? Oder irgend so mit dem Freundeskreis haben die diesen Steven, drei Tage lang oder so, erzählt, deine Freundin ist dir fremdgegangen. Und die Freundin wohnte da mit ihm in der Wohnung, die kennen die alle. Und die haben das durchgezogen, bis er die angespuckt hat, bis sie sich gestritten haben. Was natürlich, das Anspucken, durch seine Entscheidung, dass er das macht, ist ja klar. Aber die haben ihn auf die Palme getrieben und sich wahrscheinlich totgelacht darüber. Boah, Junge, 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 ganz, ganz teuflisch. Oder, was hat der Zinnik gesagt in seinem Video, als die Freundin von dem Steven nicht mehr mit der Anna-Maria irgendwie feiern gehen wollte? Einmal hat die gesagt, hey, ich will nicht mit dir feiern gehen, bumm, hör zu, wir müssen dich leider entlassen, weil wir brauchen euch zur Zeit nicht mehr. Bitte verlasst dann auch die Wohnung. Bruder, Alter. Die haben sich die gehalten wahrscheinlich wie Amtssklaven, so sadistische. Ey, die Anna-Maria, kannst du mir nicht erzählen, dass die ein Stück besser ist als er? Das ist auch der Grund, warum die sich wahrscheinlich verstehen. Boah, Junge, Junge, ey, jetzt frage ich mich, wo ist Rosberg jetzt? Warum schreibt er uns nicht mehr? Wo ist der Rosberg jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist der Rosberg jetzt? Vielen Dank.